Wir wüssten jemanden, der ganz viel über uns erzählen und bestätigen kann, was wir für tolle Detektive wir sind. Was? Was? Habe ich Scheiße erzählt? Die Wörter waren irgendwie richtig, aber in der falschen Reihenfolge. Ja, 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 das stimmt. Hallo Parfümverkäuferin, da sind wir. Scheiße, da habe ich verkrankt. Scheiße, da hat er verkrankt. Aber ich habe mich ihm in den Weg gestellt, das Bild abgenommen und ihn überrumpelt. Dann hat er ein Auge verloren und hat angefangen zu weinen. Ich habe ein Auge verloren. Das wird ein super Artikel. Vergessen Sie nicht, mich reinzuschreiben. Bester Kommissar der Welt. Spricht man genauso, wie man es schreibt. Schreibt man genauso, wie man es spricht. Alles war super, alles war 1a. Das war der letzte Satz, ausgerechnet der letzte Satz. Tschüss.